Die verborgene Tür im Kamin Die Schneeflocken draußen fielen dicht und unermüdlich, eine sanfte, weiße Decke, die die ganze Welt in Ruhe und Magie hüllte. Im Wohnzimmer der Familie Huber flackerte der Kamin und die beiden Geschwister, Emma und ihr kleiner Bruder Matteo, saßen nebeneinander auf dem weichen Teppich. Der Weihnachtsbaum funkelte hinter ihnen in warmen Farben und die Luft duftete nach frisch gebackenen Plätzchen. Emma, zehn Jahre alt und klug für ihr Alter, hielt ein Buch aufgeschlagen, aber sie las nicht mehr. Ihr Blick lag auf Matteo, der mit seinen großen, neugierigen Augen ins Kaminfeuer starrte. Der achtjährige Junge schien in Gedanken versunken, während seine Hände einen dampfenden Becher Kakao umklammerten. Weißt du, Emma, sagte Matteo schließlich leise, ohne den Blick vom Feuer zu nehmen, ich glaube, dass der Weihnachtsmann echt ist. Emma lächelte. Sie liebte ihren kleinen Bruder und die Art, wie er mit kindlicher Überzeugung an Magie glaubte. Aber sie war alt genug, um Zweifel zu hegen, oder zumindest versuchte sie, diese Zweifel zuzulassen. Vielleicht, antwortete sie vorsichtig, aber manche sagen, dass er nur eine Geschichte ist, damit wir uns auf Weihnachten freuen. Das glaube ich nicht, sagte Matteo entschieden. Woher sollten die Geschenke kommen? Und wie kommen sie alle gleichzeitig in die Häuser? Emma wollte gerade antworten, als ein seltsamer Windstoß durch das Wohnzimmer fegte. Er war so stark, dass er die Kerzen auf dem Kaminsims flackern ließ und die Seiten ihres Buches umblätterte. Der Kamin flackerte heftig und erlosch plötzlich mit einem zischenden Geräusch, das eine seltsame Stille hinterließ. Was war das? fragte Matteo, seine Stimme einflüstern. Emma spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Sie legte das Buch zur Seite und rutschte näher an ihren Bruder heran. Ihre Augen wanderten zu dem Kamin, der jetzt dunkel und leer war, zumindest auf den ersten Blick. Doch dann bemerkten sie es beide gleichzeitig. Ein schimmerndes, blaues Licht erschien tief im Kamin. Es begann schwach, pulsierend und wurde dann heller, bis es den Raum mit einem geheimnisvollen, beruhigenden Schein erfüllte. Emma, flüsterte Matteo und klammerte sich an ihren Arm. Was ist das? Ich weiß es nicht, antwortete Emma. Ihre Stimme zitterte leicht. Sie wollte sagen, dass sie lieber die Eltern holen sollten, aber etwas an dem Licht hielt sie gefesselt, fast wie ein unsichtbarer Sog, der sie näher zog. Matteo kroch ein Stück näher an den Kamin. Vielleicht? Ist es Magie? Warte, Matteo, nicht so nah, rief Emma, doch ihr Bruder war schon am Kamin. Das blaue Licht schien zu reagieren, als er sich ihm näherte. Es begann schneller zu pulsieren, fast wie ein Herzschlag. Dann geschah es. Ein Strahl aus reinem blauen Licht schoss aus dem Kamin hervor und umhüllte Matteo. Seine Augen weiteten sich vor Staunen, als das Licht ihn erfasste. Emma, es fühlt sich warm an, wie ein Traum, rief er, bevor er plötzlich in die Höhe gezogen wurde, als ob unsichtbare Hände ihn packten. Matteo, schrie Emma und sprang auf, doch sie hatte keine Zeit, ihn zu erreichen. Der Lichtstrahl ergriff sie ebenfalls und in einem Moment, der sich wie eine Ewigkeit und gleichzeitig wie ein Augenblick anfühlte, wurde sie mitgerissen. Die Welt um sie herum verschwamm, Farben und Formen drehten sich in einem Wirbel aus Blau und Weiß. Emma fühlte ein seltsames Kribbeln, als ob tausend winzige Schneeflocken über ihre Haut tanzten. Ihr Herz schlug wild, aber gleichzeitig verspürte sie ein unerklärliches Gefühl von Frieden. Dann, so plötzlich wie es begonnen hatte, endete der Lichtstrahl und sie fühlte festen Boden unter ihren Füßen. Emma öffnete vorsichtig die Augen. Sie war nicht mehr im Wohnzimmer. Vor ihr erstreckte sich eine glitzernde Winterlandschaft, die schöner war, als sie es sich je hätte vorstellen können. Der Schnee war nicht einfach weiß. Er funkelte in allen Farben des Regenbogens. Der Himmel über ihnen war von einem tiefen, magischen Blau, übersät mit unzähligen Sternen, die wie Diamanten leuchteten. »Emma, schau mal!«, rief Matteo, der ein paar Schritte weiter vorne stand. Seine Wangen waren gerötet und seine Augen leuchteten vor Aufregung. Emma folgte seinem Blick und hielt den Atem an. In der Ferne lag ein Dorf, wie aus einem Weihnachtsmärchen. Bunte Häuser mit schneebedeckten Dächern standen nebeneinander. Aus den Schornsteinen stieg Rauch auf, und in der Mitte des Dorfes erhob sich ein riesiger Weihnachtsbaum, dessen Lichter den Nachthimmel erhellten. »Das, das kann nicht echt sein!«, flüsterte Emma, unfähig, ihre Augen von dem Anblick abzuwenden. »Ich glaube, wir sind am Nordpol«, sagte Matteo ehrfürchtig, während er einen Schritt nach vorne machte. Noch bevor Emma etwas erwidern konnte, hörten sie eine helle, klingelnde Stimme hinter sich. »Willkommen, Emma und Matteo! Wir haben euch erwartet!« Die Geschwister drehten sich um und sahen eine kleine Gestalt, die auf sie zukam. Sie war kaum größer als Matteo und trug einen roten Mantel mit weißen Fellborten, dazu eine spitze grüne Mütze mit einer kleinen Glocke daran. Die Augen der Gestalt funkelten wie Sterne und ein warmes Lächeln lag auf ihren Lippen. »Ich bin Leora«, sagte die Gestalt und verbeugte sich leicht. »Ihr seid hier am Nordpol und ihr habt eine ganz besondere Reise vor euch!« Emma spürte, wie ein warmes Gefühl von Aufregung und Vorfreude sie durchströmte. Sie wusste noch nicht, was vor ihnen lag, aber eines war sicher. Dieses Weihnachtsfest würde für immer in ihrer Erinnerung bleiben. Emma und Matteo standen regungslos da, ihre Augen weit aufgerissen vor Staunen, während die kleine Gestalt mit der glitzernden Mütze vor ihnen stand. Die kalte Luft prickelte auf ihrer Haut, doch sie fühlten keine Kälte. Es war, als ob die Magie dieses Ortes sie wärmte. Leora, die Elfe, musterte sie mit einem breiten Lächeln, das so einladend war, dass selbst Emma, die normalerweise vorsichtig war, sich ein wenig entspannte. »Habt keine Angst«, sagte Leora mit einer Stimme, die wie Glocken klang. »Ihr seid hier aus einem ganz besonderen Grund.« »Wo, wo sind wir?« stammelte Emma schließlich. Ihr Herz pochte immer noch von dem seltsamen Lichtstrahl, der sie hierher transportiert hatte. »Am Nordpol, natürlich«, rief Leora begeistert und schwenkte ihren Arm in einer großen Geste. »Das ist das Weihnachtsdorf, das Zuhause des Weihnachtsmanns und all seiner Elfen.« »Der Weihnachtsmann?«, fragte Matteo. Seine Stimme überschlug sich fast vor Aufregung. »Der echte Weihnachtsmann?« Leora nickte, ihre Glockenmütze klimperte dabei leise. »Ja, Matteo. Und ich kann euch versichern, er freut sich schon sehr darauf, euch zu treffen. Aber bevor wir da hinkommen, gibt es viel zu sehen.« Sie drehte sich um und begann, mit schnellen Schritten Richtung Dorf zu gehen. »Kommt! Ich zeige euch alles!« Emma zögerte kurz, doch Matteo griff nach ihrer Hand und zog sie mit sich. »Emma, komm schon! Wir sind am Nordpol. Das ist die größte Entdeckung überhaupt.« »Okay, okay!«, murmelte Emma und versuchte, ihre Skepsis abzulegen. Doch ihr Blick schweifte immer wieder zurück zum blauen Lichtstrahl, der sich langsam auflöste und den Kamin, durch den sie gekommen waren, scheinbar verschluckte. Der Weg zum Dorf war wie ein Spaziergang durch ein lebendiges Wintermärchen. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen, doch es fühlte sich an, als gingen sie über eine weiche, glitzernde Decke. Kleine Lichter schwebten durch die Luft, sie sahen aus wie Glühwürmchen, die einen warmen, goldenen Schein verbreiteten. Emma streckte die Hand aus und eines der Lichter schwebte auf ihrer Handfläche zu, ehe es wieder in die Dunkelheit entschwand. »Was ist das für ein Licht?«, fragte sie leise. »Das sind Schneefunken«, erklärte Leora. »Sie bringen Glück und Wärme in die Herzen derjenigen, die sie sehen. Ihr seid hier in einer Welt, die ganz und gar von der Magie des Weihnachtsgeistes lebt.« Als sie näher an das Dorf kamen, wurden die Geräusche deutlicher. Fröhliches Gelächter, das Klappern von Werkzeug und das Klirren von Glocken. Matteo konnte nicht mehr stillstehen, er sprang fast vor Aufregung. »Seht ihr das?«, rief er, als sie die ersten Häuschen erreichten. Die Dächer waren mit einer dicken Schneeschicht bedeckt, die wie Zuckerguss glänzte. Aus den Fenstern fiel warmes Licht und überall waren kleine Elfen zu sehen, die geschäftig Pakete trugen oder an Spielzeugen arbeiteten. »Willkommen im Weihnachtsdorf!«, rief Leora und hob die Arme, als ob sie einen Vorhang lüften würde. »Hier wird die Magie der Weihnacht geboren.« Emma und Matteo ließen ihre Blicke über die Szenerie schweifen. Es war, als hätte jemand ein Märchenbuch zum Leben erweckt. Auf dem zentralen Platz des Dorfes stand ein riesiger Weihnachtsbaum, der mit glitzernden Kugeln, funkelnden Lichtern und einer leuchtenden Sternspitze geschmückt war. Unter dem Baum saßen einige Elfen, die Weihnachtslieder sangen und ihre Hände an dampfenden Tassen wärmten. »Das ist unglaublich!«, flüsterte Emma, fast zu sich selbst. »Können wir alles ansehen?«, fragte Matteo ungeduldig. »Natürlich!«, sagte Leora und deutete auf die Werkstatt am Ende des Platzes. »Aber zuerst, die Werkstatt des Weihnachtsmanns. Ich wette, ihr wollt sehen, wie all die Geschenke gemacht werden.« Matteo nickte so heftig, dass Emma lachen musste, und gemeinsam folgten sie Leora. Die Werkstatt war ein großes Gebäude aus Holz, mit schimmernden Fenstern und einem Dach, das mit schneebedeckten Girlanden geschmückt war. Als Leora die Tür öffnete, schlug ihnen ein Schwall warmer Luft entgegen, begleitet von den Geräuschen von Hämmern, Sägen und fröhlichem Gesang. Die Werkstatt war ein Wunderland für sich. Überall standen Maschinen, die Spielzeuge in allen Formen und Größen herstellten. Puppen, Züge, Bälle, Bauklötze. Die Elfen arbeiteten mit geschickten Händen und einem Lächeln auf den Lippen. In der Mitte des Raumes stand eine riesige Maschine, die wie ein Zauberweber wirkte. Sie spuckte verpackte Geschenke aus, die auf Förderbändern in verschiedene Richtungen transportiert wurden. Wow, rief Matteo und lief zu einem Tisch, an dem ein Elf gerade einen hölzernen Zug bemalte. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Emma war weniger aufgeregt, aber genauso beeindruckt. Wie schafft ihr es, all diese Geschenke rechtzeitig fertig zu machen? fragte sie. Leora zwinkerte ihr zu. Das ist die Magie von Weihnachten. Und ein bisschen harte Arbeit natürlich. Und wo ist der Weihnachtsmann? fragte Matteo, der schon ungeduldig war. Geduld, sagte Leora mit einem Lächeln. Ihr werdet ihn bald treffen. Aber zuerst, wir haben eine Überraschung für euch. Emma und Matteo sahen sich an, ihre Augen voller Vorfreude. Was auch immer kommen würde, sie wussten, dass sie gerade erst am Anfang eines unglaublichen Abenteuers standen. Die Werkstatt summte weiter vor geschäftiger Aktivität, während Emma und Matteo staunend umherliefen. Alles schien lebendig, erfüllt von einem unsichtbaren, aber fühlbaren Zauber, der selbst die einfachsten Dinge, wie das Geräusch eines Hammers oder das Glitzern einer Christbaumkugel besonders machte. Doch trotz all der Wunder, die sie umgaben, konnte Matteo nur an eines denken. Den Weihnachtsmann. Leora, wann können wir ihn treffen? fragte er zum wiederholten Mal, während sie durch die Werkstatt gingen. Seine Augen funkelten vor Aufregung und er zog Emma leicht am Ärmel, als ob er sie dazu drängen wollte, die gleiche Frage zu stellen. Ganz bald, versprach Leora mit einem geheimnisvollen Lächeln. Aber der Weihnachtsmann ist ein sehr beschäftigter Mann. Er muss sicherstellen, dass jedes Geschenk perfekt ist. Emma wollte Matteo gerade beruhigen, als ein lautes Glockenklingeln die Luft erfüllte. Alle Elfen hielten inne, ihre Gesichter erhellten sich und sie drehten sich zur Tür, die ans andere Ende der Werkstatt führte. Leora klatschte begeistert in die Hände. Ah, da ist er! Pünktlich wie immer. Die Tür schwang auf und in der Türöffnung erschien eine imposante Gestalt. Es war, als ob die gesamte Magie des Weihnachtsfestes auf einen Punkt konzentriert war. Der Weihnachtsmann trat ein. Sein roter Mantel funkelte im Licht der Werkstatt. Sein langer, schneeweißer Bart bewegte sich sanft, während er sprach. Und seine Augen, sie waren warm und voller Güte wie zwei leuchtende Sterne. Was für eine wundervolle Überraschung! Zwei besondere Gäste in meiner Werkstatt! Matteo war wie erstarrt. Sein Mund stand offen. Seine kleinen Hände klammerten sich an Emmas Arm. Auch Emma war sprachlos. Der Weihnachtsmann war genau so, wie sie ihn sich immer vorgestellt hatte. Nein, noch beeindruckender. Du, du bist wirklich echt! Brachte Matteo schließlich heraus, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Natürlich bin ich das! Sagte der Weihnachtsmann, während er näher kam. Weihnachten ist voller Magie und diese Magie ist real. Genau wie ihr zwei. Er ging in die Hocke, sodass er auf Augenhöhe mit Matteo war. Matteo, ich habe deine Briefe gelesen. Du bist ein sehr neugieriger Junge, nicht wahr? Matteo nickte heftig. Ich wollte immer wissen, wie du all das machst, die Geschenke, die Schlittenfahrt, alles. Der Weihnachtsmann lachte herzlich und tätschelte Matteos Schulter. Ein bisschen Zauber, ein bisschen Wissenschaft und eine Menge harter Arbeit von all meinen Elfen hier. Aber ich glaube, du wirst das bald selbst herausfinden. Dann wandte er sich Emma zu. Und du, Emma, sagte er mit einem sanften Lächeln, du bist so klug und sorgst dich immer um deinen Bruder. Aber tief in deinem Herzen hast du dich gefragt, ob Weihnachten wirklich magisch ist. Stimmt das? Emma fühlte, wie ihre Wangen heiß wurden. Es war, als könnte der Weihnachtsmann direkt in ihre Seele sehen. Ja, ich glaube, ich wollte es einfach nur spüren. Der Weihnachtsmann legte ihr eine Hand auf die Schulter. Das wirst du, meine Liebe. Weihnachten ist nicht nur Geschenke und Lichter. Es ist die Freude, die wir teilen und die Magie, die in jedem von uns steckt. Aber warum sind wir hier? fragte Emma schließlich. Ich meine, warum wir? Der Weihnachtsmann richtete sich auf, seine Augen wurden ein wenig ernster. Aber sein Lächeln blieb warm. Ihr seid hier, weil es eine besondere Aufgabe für euch gibt. Eine Aufgabe, die nur mit einem reinen Herzen und einem starken Glauben an die Magie gelöst werden kann. Eine Aufgabe? Matteo sprang aufgeregt auf und ab. Was müssen wir tun? Können wir dir helfen, die Geschenke zu verteilen? Oder die Rentiere füttern? Oder? Der Weihnachtsmann hob eine Hand, um ihn zu beruhigen. Geduld, kleiner Matteo. Es ist eine wichtige Aufgabe und ihr werdet bald alles erfahren. Aber zuerst möchte ich euch einen Ort zeigen, der euch verstehen lässt, warum Weihnachten so besonders ist. Leora trat vor und winkte den Kindern zu. Kommt, ich bringe euch zum Weihnachtsbaum. Dort beginnt alles. Emma und Matteo folgten ihr durch eine Seitentür der Werkstatt hinaus auf den zentralen Platz des Dorfes. Der riesige Weihnachtsbaum war noch beeindruckender aus der Nähe. Seine Äste waren mit funkelnden Kugeln, Sternen und Lichtern geschmückt, die in sanften Farben leuchteten. Doch was Emma am meisten faszinierte, war der Stern an der Spitze des Baums. Er schimmerte nicht nur. Er pulsierte wie ein Herz. Das ist der Herzstern, erklärte Leora mit einem ehrfürchtigen Ton. Er ist das Zentrum aller Weihnachtsmagie. Solange er leuchtet, wird die Welt an Weihnachten erinnert, zusammenzukommen, Freude zu teilen und zu lieben. Wow, flüsterte Matteo völlig überwältigt. Ist das der Grund, warum wir hier sind? Wegen des Sterns? Leora nickte, doch ihr Lächeln wurde ein wenig ernster. Der Stern ist stark, aber seine Magie wurde schwächer in letzter Zeit. Manche Menschen haben aufgehört, an die Magie von Weihnachten zu glauben, und das beeinflusst auch den Stern. Der Weihnachtsmann trat vor und legte eine Hand auf Emmas Schulter. Deshalb seid ihr hier. Es gibt etwas, das getan werden muss, um die Magie zu erneuern. Und ich glaube, dass ihr genau die Richtigen dafür seid. Emma und Matteo sahen sich an. Ihre Herzen schlugen vor Aufregung schneller. Was auch immer vor ihnen lag, sie wussten, dass sie alles tun würden, um die Magie von Weihnachten zu bewahren. Emma und Matteo standen vor dem gewaltigen Weihnachtsbaum, den Kopf in den Nacken gelegt, um die leuchtende Pracht des Herzsterns an seiner Spitze zu bewundern. Der Stern pulsierte weiter in einem warmen, goldenen Licht. Doch Emma fiel auf, dass sein Strahlen nicht so stark war, wie es hätte sein können. Es war fast so, als ob der Stern schwach und müde wirkte. Warum ist der Stern nicht so hell, wie er sein sollte? Fragte Emma und wandte sich an Leora. Die kleine Elfe seufzte und deutete mit einer zierlichen Hand auf den Stern. Der Herzstern lebt von der Freude und dem Glauben der Menschen an die Magie von Weihnachten. Aber in den letzten Jahren hat dieser Glaube abgenommen. Viele denken, Weihnachten sei nur noch ein Fest des Schenkens und nicht mehr der Liebe, der Zusammengehörigkeit und des Staunens. Ohne diese Emotionen wird der Stern schwächer. Matteo runzelte die Stirn. Das ist doch traurig. Kann man ihn nicht irgendwie reparieren? Der Weihnachtsmann trat vor und legte seine großen warmen Hände auf die Schultern der Kinder. Genau deshalb seid ihr hier, sagte er mit einer tiefen, beruhigenden Stimme. Der Herzstern kann seine volle Kraft nur zurückgewinnen, wenn er wieder mit reiner Freude und wahrer Weihnachtsmagie gefüllt wird. Aber dafür braucht er eine besondere Essenz. Etwas, das tief in den verschneiten Bergen des Nordpols verborgen ist. Emma und Matteo schauten sich an. Ihre Augen leuchteten vor Neugierde und Entschlossenheit. Was genau suchen wir, fragte Emma. Eine Kristallträne, erklärte Liora mit feierlichem Ton. Es ist ein seltener, leuchtender Kristall, der entsteht, wenn jemand einen Moment purer, selbstloser Freude erlebt. Diese Träne hat die Kraft, den Herzstern zu erneuern. Das klingt unglaublich, rief Matteo. Und wir sollen sie finden? Der Weihnachtsmann nickte ernst. Ihr seid genau die Richtigen für diese Aufgabe. Die Reise wird nicht leicht und ihr werdet Prüfungen begegnen, die Mut, Zusammenhalt und Vertrauen erfordern. Aber ich weiß, dass ihr das schaffen könnt. Emma spürte, wie ihre Hände leicht zitterten, aber sie hielt Matteos Blick fest. Sie wusste, dass sie ihrem kleinen Bruder zuliebe stark sein musste. Wir werden es versuchen, sagte sie schließlich. Der Weihnachtsmann lächelte zufrieden und rief zwei Elfen herbei, die eine Karte und einen kleinen Kompass brachten. Diese Karte wird euch den Weg zu den Kristallhöhlen zeigen. Und dieser Kompass? Er hielt einen silbernen Kompass hoch, dessen Nadeln nicht nach Norden, sondern in eine andere Richtung zeigte. Er wird euch führen. Aber denkt daran, der Kompass reagiert nur auf eure Herzen. Solange ihr mutig und ehrlich seid, wird er euch den richtigen Weg zeigen. Leora hob eine kleine Hand. Aber passt auf. Die Berge sind voller Geheimnisse und nicht alle sind freundlich. Ihr müsst einander vertrauen und aufeinander aufpassen. Das tun wir, sagte Matteo entschlossen und drückte Emmas Hand. Nach einer herzlichen Umarmung des Weihnachtsmanns und einigen ermutigenden Worten von Leora machten sich Emma und Matteo auf den Weg. Die Karte führte sie durch einen verschneiten Wald, dessen Bäume so groß und dicht waren, dass sie den Himmel fast vollständig verdeckten. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen und der Kompass in Emmas Hand glühte leicht, während er sie vorwärts führte. Das ist wie ein echtes Abenteuer, rief Matteo, während er einen kleinen Hügel hinaufkletterte. Seine Begeisterung war ansteckend und selbst Emma fühlte, wie ein Hauch von Aufregung durch sie hindurchging. Doch je tiefer sie in den Wald kam, desto unheimlicher wurde es. Der Wind trug ein seltsames Pfeifen mit sich und die Schatten der Bäume wirkten immer länger und dunkler. Emma spürte, wie sich ein Knoten in ihrem Magen bildete. »Bleib nah bei mir, Matteo«, sagte sie leise. »Ich habe keine Angst«, antwortete Matteo, doch seine Stimme war nicht ganz so sicher wie zuvor. Plötzlich blieb der Kompass stehen. Die Nadel drehte sich nicht mehr und zeigte direkt auf eine schmale Schlucht, die sich vor ihnen öffnete. Der Eingang war mit glitzernden Eisformationen bedeckt, die wie Zähne aussahen. »Das muss der Eingang zu den Kristallhöhlen sein«, flüsterte Emma. Matteo sah nervös aus, aber er nickte. »Wir schaffen das«. Gemeinsam betraten sie die Schlucht und die Temperatur schien sofort zu sinken. Der Schnee unter ihren Füßen verwandelte sich in glattes Eis und Emma musste Matteo festhalten, als er fast ausrutschte. Die Wände der Schlucht schimmerten in einem seltsamen blauen Licht, das von kleinen, in den Felsen eingelassenen Kristallen ausging. »Wow«, murmelte Matteo, seine Angst wich langsam der Faszination. »Es ist wunderschön.« Doch gerade als sie weitergehen wollten, hörten sie ein leises Knurren. Emma blieb abrupt stehen und ihr Herz setzte für einen Moment aus. »Hast du das gehört?«, flüsterte sie. Matteo nickte, seine Augen wurden groß. »Was war das?« Aus den Schatten tauchte eine Gestalt auf, ein großes, weißes Tier, das aussah wie ein Bär, aber seine Augen glühten unnatürlich blau. Es war nicht aggressiv, aber es blockierte den Weg. »Wir müssen ruhig bleiben«, flüsterte Emma, die Matteo hinter sich zog. »Vielleicht will es uns nichts tun.« Das Tier sah sie eine Weile an, dann ließ es ein tiefes, brummendes Geräusch hören und setzte sich hin. In seinen Augen lag ein seltsamer Ausdruck, fast wie Neugier. »Ich glaube, es will, dass wir ihm folgen«, sagte Matteo plötzlich. Emma war unsicher, aber der Kompass glühte erneut und zeigte direkt auf das Tier. »Dann los«, sagte sie schließlich mit einem mulmigen Gefühl. »Aber vorsichtig!« Das Tier führte sie weiter in die Schlucht und Emma spürte, dass sie etwas Außergewöhnlichem näher kamen. Doch sie wusste auch, dass ihre Reise gerade erst begonnen hatte. Emma und Matteo folgten dem großen, weißen Tier, das mit seinen mächtigen Pfoten sicher über das glatte Eis der Schlucht trottete. Sein leuchtend blaues Fell schimmerte im Licht der Kristalle an den Wänden und es war fast so, als würde die Kreatur mit der Magie des Ortes verschmelzen. Matteo war fasziniert. »Meinst du, das ist ein magischer Eisbär?«, flüsterte er aufgeregt. »Emma war weniger sicher.« »Vielleicht, aber wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, ob wir ihm trauen können.« Das Tier blieb plötzlich stehen und drehte seinen massigen Kopf zu ihnen. Seine Augen, so tiefblau wie das Licht des Herzsterns, musterten sie aufmerksam. Emma spürte, wie ein Kribbeln über ihren Rücken lief. Es war, als ob die Kreatur ihre Gedanken lesen könnte. Doch dann schnaufte sie leise und setzte ihren Weg fort, tiefer in die Schlucht hinein. Der Weg wurde enger und die Luft kühler. Schließlich erreichten sie eine große Höhle, deren Eingang von riesigen Eisstalaktiten umrahmt war. Von innen drang ein geheimnisvolles, flimmerndes Licht, das die Höhle wie einen Kristallpalast wirken ließ. Das Tier blieb am Eingang stehen und legte sich hin, als ob es sagen wollte, »Ihr müsst den Rest alleine machen.« »Ich denke, das ist unser Ziel,«, flüsterte Emma, ihre Stimme ehrfürchtig. Matteo nickte und schob sich an ihr vorbei. »Dann lass uns gehen.« Gemeinsam traten sie in die Höhle. Es war, als hätten sie einen anderen Teil der Welt betreten. Die Wände und Decken waren mit unzähligen Kristallen bedeckt, die in allen Farben des Regenbogens leuchteten. Einige Kristalle hingen wie schwebende Sterne in der Luft, während andere leise summten, als würden sie ein Lied spielen, das nur die Höhle selbst hören konnte. »Das ist unglaublich,«, flüsterte Matteo, während er sich umblickte. »So etwas habe ich noch nie gesehen.« Emma konnte nicht anders, als ihm zuzustimmen. Doch sie wusste, dass sie nicht hier waren, um die Schönheit der Höhle zu bewundern. »Wir müssen die Kristallträne finden,« sagte sie. »Denk daran, was der Weihnachtsmann gesagt hat.« Sie gingen tiefer in die Höhle, ihre Schritte halten leise wieder. Der Kompass in Emmas Hand begann wieder zu glühen und die Nadel drehte sich langsam, bis sie auf eine kleine, schimmernde Plattform in der Mitte der Höhle zeigte. Emma und Matteo näherten sich vorsichtig. Auf der Plattform lag ein einzelner strahlender Kristall. Er war nicht groß, kaum größer als sein Vogelei, aber sein Leuchten war intensiver als alles, was sie je gesehen hatten. Es war, als ob das Licht direkt aus dem Herzen des Kristalls kam und die Wärme, die er ausstrahlte, fühlte sich vertraut und tröstlich an. »Das muss die Kristallträne sein,« sagte Matteo ehrfürchtig. »Aber wie nehmen wir sie mit?« Bevor Emma antworten konnte, ertönte eine tiefe, brummende Stimme, die die ganze Höhle zu erfüllen schien. »Nicht so schnell, kleine Abenteurer.« Die Geschwister fuhren herum, ihre Herzen klopften wild. Aus den Schatten trat eine große, majestätische Gestalt hervor. Es war ein älterer Mann, gekleidet in einen langen Mantel aus glitzerndem Eis, sein Gesicht von einem dichten, weißen Bart umrahmt. Seine Augen funkelten wie die Sterne, und in seinen Händen hielt er einen Stab, der wie ein schimmernder Kristall glänzte. »Wer seid ihr?«, fragte Emma vorsichtig. »Ich bin der Hüter der Kristallhöhlen,«, sagte der Mann mit einer Stimme, »die wie das Echo eines tiefen Wintersturms klang. Und ich beschütze die Träne vor jenen, die ihrer nicht würdig sind.« »Aber wir sind hier, um den Herzstern zu retten,« erklärte Matteo hastig. »Der Weihnachtsmann hat uns geschickt.« Der Hüter sah sie prüfend an, sein Blick bohrte sich in ihre Augen. »Den Herzstern retten?«, sagte er langsam. »Eine noble Aufgabe. Doch nur diejenigen mit reinem Herzen und wahrer Entschlossenheit können die Kristallträne berühren. Beweist mir, dass ihr würdig seid.« »Wie sollen wir das machen?«, fragte Emma, ihre Stimme zitterte leicht. »Ihr müsst eine Prüfung bestehen,« erklärte der Hüter. »In dieser Höhle werdet ihr euren Ängsten begegnen. Nur wenn ihr Mut und Vertrauen ineinander zeigt, wird euch die Träne gewährt.« Bevor die Kinder antworten konnten, schlug der Hüter seinen Stab auf den Boden. Ein leuchtender Nebel erfüllte die Höhle und die Kristalle begannen sich zu bewegen. Plötzlich standen Emma und Matteo nicht mehr nebeneinander. Sie waren getrennt, jeder in einer anderen Ecke der Höhle. »Emma!«, rief Matteo. Doch seine Stimme schien weit entfernt zu sein. Emma sah sich panisch um. Die Höhle hatte sich verändert. Die bunten Lichter waren verschwunden und sie war allein in der Dunkelheit. »Matteo!«, rief sie. »Keine Antwort.« Ihre Angst wuchs, doch sie erinnerte sich an die Worte des Hüters. Sie atmete tief durch und sprach sich Mut zu. »Er braucht mich.« »Ich muss ihn finden.« Gleichzeitig kämpfte Matteo mit seiner eigenen Angst. Er hörte Geräusche, die wie knurrende Tiere klangen und fühlte, wie seine Knie weich wurden. Doch er erinnerte sich an Emmas Lächeln und an die Wärme ihrer Hand, die ihn immer gehalten hatte, wenn er Angst hatte. »Ich kann das schaffen!«, sagte er sich. Langsam, Schritt für Schritt, fanden sie ihren Weg zueinander. Als sie sich schließlich wieder sahen, liefen sie aufeinander zu und umarmten sich fest. Die Dunkelheit wich zurück und die Höhle erstrahlte erneut in hellem Licht. Der Hüter trat wieder hervor und nickte anerkennend. »Ihr habt Mut und Vertrauen bewiesen.« »Die Träne gehört euch!« Emma hob vorsichtig die Kristallträne von der Plattform. Sie fühlte sich warm an, fast lebendig. Gemeinsam verließen sie die Höhle, bereit, den Herzstern zu retten und die Magie von Weihnachten wiederherzustellen. Die Kristallträne in Emmas Händen schimmerte wie ein Stern, während sie und Matteo die Höhle des Hüters verließen. Der Weg zurück zur Schlucht war von der gleichen magischen Stille erfüllt, die sie zuvor erlebt hatten. Doch jetzt schien der Schnee heller, die Kristalle an den Wänden funkelten stärker, als hätten sie ihre eigene Freude über den Erfolg der Geschwister gefunden. »Das war unglaublich«, sagte Matteo, dessen Augen immer noch vor Aufregung leuchteten. »Emma, wir haben es wirklich geschafft!« Emma lächelte, auch wenn ihr Herz immer noch ein wenig schneller schlug. »Ja, das haben wir«, sagte sie und hielt die Träne vorsichtig wie einen Schatz. »Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen die Träne zurück zum Herzstern bringen.« Das große, weiße Tier, das sie zuvor geführt hatte, wartete geduldig am Eingang der Schlucht. Es erhob sich, als die Kinder näher kamen und brummte leise, als wolle es sie beglückwünschen. Matteo streckte die Hand aus und strich dem Tier über das weiche, leuchtende Fell. »Danke, dass du uns geholfen hast«, sagte er mit ehrlicher Dankbarkeit. Das Tier schien zu lächeln, bevor es sich langsam umdrehte und in die Schatten der Schlucht verschwand. Matteo winkte ihm nach, während Emma den Kompass hervorzog. Die Nadel drehte sich sofort und zeigte den Weg zurück ins Weihnachtsdorf. Es fühlt sich so an, »Also, als ob der Kompass uns mehr als nur den Weg zeigt«, sagte Matteo nachdenklich. »Vielleicht führt er uns nicht nur zurück, sondern auch zu dem, was richtig ist.« Emma nickte. »Vielleicht. Aber wir sollten uns beeilen. Der Herzstern braucht die Träne.« Der Rückweg durch den verschneiten Wald war anders als der Hinweg. Der Kompass glühte heller und die Schneefunken, die zuvor sanft durch die Luft geschwebt hatten, schienen jetzt wie kleine, leuchtende Wegweiser zu tanzen. Matteo sprang vor Freude durch den Schnee, seine Angst vergessen, während Emma die Kristallträne festhielt und auf die Umgebung achtete. »Weißt du, Emma«, sagte Matteo plötzlich, »ich habe am Anfang nicht Angst gehabt. Aber dann habe ich an dich gedacht und daran, wie du immer stark bist. Das hat mir geholfen, weiterzugehen.« Emma sah ihn überrascht an. Seine Worte erfüllten sie mit einem warmen Stolz und sie lächelte. »Und ich habe an dich gedacht«, gab sie zu. »Du bist immer so mutig und neugierig. Ich wollte dich nicht enttäuschen.« Matteo grinste und für einen Moment fühlte es sich an, als wären sie nicht nur Geschwister, sondern auch beste Freunde, die sich gegenseitig stärker machten. Nach einer Weile öffnete sich der Wald und vor ihnen lag wieder das Weihnachtsdorf. Die bunten Häuser leuchteten in der Abenddämmerung und der riesige Weihnachtsbaum in der Mitte des Platzes war so strahlend wie zuvor. Doch die Geschwister konnten sehen, dass der Herzstern an der Spitze des Baumes nur schwach pulsierte. »Wir haben es fast geschafft«, sagte Emma und nahm Matthäus' Hand. Gemeinsam liefen sie durch das Dorf, wo die Elfen ihre Arbeit unterbrachen und sie jubelnd begrüßten. »Ihr habt die Kristallträne gefunden«, rief Liora, die auf sie zugerannt kam. Ihre Augen glänzten vor Freude und sie sprang aufgeregt um die Kinder herum. »Der Weihnachtsmann wird so stolz auf euch sein. Kommt schnell, wir müssen die Träne zum Herzstern bringen.« Liora führte sie zum Weihnachtsbaum, wo der Weihnachtsmann bereits wartete. Seine rote Robe wehte leicht im Wind und sein Gesicht strahlte Wärme und Stolz aus, als er Emma und Matteo sah. »Ihr habt es geschafft«, sagte er mit tiefer, wohlklingender Stimme. »Ich wusste, dass ihr die Aufgabe erfüllen würdet.« Emma trat vor und hielt die Kristallträne in die Höhe. »Was müssen wir tun?« Der Weihnachtsmann deutete auf den Baum. »Haltet die Träne in Richtung des Herzsterns. Die Magie des Sterns wird den Rest tun.« Emma zögerte einen Moment. Sie spürte die Verantwortung in ihren Händen, die Bedeutung dieses Augenblicks. Matteo legte eine Hand auf ihre Schulter. »Wir machen es zusammen«, sagte er leise. Mit einem Nicken hob Emma die Träne langsam in die Höhe. Der Herzstern an der Spitze des Baumes begann sofort heller zu leuchten, als ob er die Träne erkannte. Ein goldener Strahl aus Licht schoss von der Spitze des Sterns herab und traf die Kristallträne. Für einen Augenblick schien die Welt stillzustehen. Dann explodierte die Träne in einem Funkenregen aus Licht. Das Leuchten breitete sich wie eine Welle aus und erfüllte das gesamte Dorf. Die Elfen jubelten, als das Licht sie einhüllte, und sogar der Himmel schien heller zu werden, als die Sterne über ihnen aufleuchteten. Der Herzstern an der Spitze des Baumes strahlte jetzt mit einer solchen Intensität, dass es fast war, als würde er ein eigenes Leben führen. Emma und Matteo spürten eine Wärme in ihren Herzen, die sie nie zuvor erlebt hatten. »Ihr habt es geschafft«, sagte der Weihnachtsmann, als das Leuchten sich langsam beruhigte. »Ihr habt den Herzstern gerettet und die Magie von Weihnachten erneuert. Eure Herzen sind voller Mut, Vertrauen und Liebe. Und das ist die wahre Essenz von Weihnachten.« Emma und Matteo konnten nicht anders, als sich breit anzulächeln. Sie hatten es tatsächlich geschafft. In diesem Moment fühlten sie sich wie Helden. Der Weihnachtsmann hob die Hände und die Elfen jubelten erneut. »Lasst uns feiern«, rief er, »denn Weihnachten ist gerettet.« Das Dorf verwandelte sich in ein Fest voller Lichter, Musik und Freude. Emma und Matteo wussten, dass sie diesen Moment niemals vergessen würden. Sie hatten nicht nur die Magie von Weihnachten gerettet, sondern auch etwas Kostbares über sich selbst und ihre Verbindung zueinander gelernt. Das Weihnachtsdorf war ein einziges Lichtermeer. Überall funkelten die Lichterketten wie kleine Sterne und die fröhlichen Stimmen der Elfen heilten durch die verschneiten Gassen. Emma und Matteo standen immer noch vor dem riesigen Weihnachtsbaum, dessen Herzstern jetzt heller leuchtete als je zuvor. Sie konnten kaum fassen, dass sie Teil dieses magischen Moments waren. »Schau dir das an, Emma«, rief Matteo begeistert, während er sich umdrehte, um alles in sich aufzunehmen. »Es sieht aus wie ein Traum!« Emma lächelte ihren kleinen Bruder an. Seine Freude war ansteckend und auch sie fühlte eine warme Zufriedenheit in ihrem Herzen. »Es ist wunderschön«, sagte sie leise, ihre Augen auf den leuchtenden Stern gerichtet. »Ich glaube, wir haben wirklich etwas Besonderes getan.« In diesem Moment kam Leora auf sie zugelaufen. Ihre Mütze mit der kleinen Glocke wippte bei jedem Schritt und ihre Wangen glühten vor Aufregung. In ihren Händen hielt sie zwei dampfende Becher mit heißem Kakao. »Hier, das habt ihr euch mehr als verdient«, sagte Leora und reichte ihnen die Becher. »Das beste Weihnachtsfest seit Jahren und das alles dank euch beiden.« Matteo nahm den Kakao mit glänzenden Augen. »Danke, Leora, aber ohne dich hätten wir das nie geschafft.« Leora lachte leise und winkte ab. »Ach, ich habe nur ein kleines bisschen geholfen. Ihr wart diejenigen, die den Mut hatten, die Kristallträne zu finden.« Emma nippte an ihrem Kakao und sah zu Matteo, der inzwischen einen großen Schluck genommen hatte. »Und ohne den Weihnachtsmann hätten wir nie gewusst, was wir tun müssen«, fügte sie hinzu. »Er hat uns so viel Vertrauen geschenkt.« Leora nickte und setzte sich zu ihnen auf die Bank neben dem Baum. »Das macht der Weihnachtsmann. Er sieht das Gute in jedem und hilft uns, an uns selbst zu glauben.« Während sie sprachen, wurde es im Dorf plötzlich etwas ruhiger. Die Elfen, die zuvor gelacht und getanzt hatten, wandten sich alle in dieselbe Richtung. Emma drehte sich um und sah, wie der Weihnachtsmann langsam auf die Bühne in der Mitte des Platzes trat. Sein roter Mantel leuchtete im Licht des Herzsterns und sein Lächeln war warm und strahlend. »Liebe Freunde«, begann der Weihnachtsmann mit seiner tiefen, wohlklingenden Stimme. »Heute feiern wir ein ganz besonderes Weihnachtsfest.« Dank Emma und Matteo hat der Herzstern seine volle Kraft zurückgewonnen und die Magie von Weihnachten kann sich wieder in der ganzen Welt verbreiten. Die Elfen brachen in begeistertem Jubel aus und Emma spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. Matteo strahlte über das ganze Gesicht und winkte der Menge zu, während die Elfen ihnen applaudierten. Der Weihnachtsmann hob die Hände und die Menge wurde still. Doch dieses Fest ist nicht nur ein Dank an diese beiden mutigen Kinder. Es ist auch eine Erinnerung daran, was Weihnachten wirklich bedeutet. Liebe, Freude und der Glaube daran, dass wir gemeinsam etwas Gutes bewirken können. Emma fühlte, wie ihre Augen feucht wurden. Diese Worte berührten sie tief und sie wusste, dass sie für den Rest ihres Lebens in ihrem Herzen bleiben würden. Der Weihnachtsmann wandte sich an sie und Matteo. »Kommt her, ihr beiden!« Zögernd stiegen die Geschwister auf die Bühne. Die Blicke der Elfen waren voller Bewunderung und Dankbarkeit und Emma fühlte sich plötzlich ein wenig schüchtern. Doch der Weihnachtsmann legte eine große, warme Hand auf jede ihrer Schultern und schenkte ihnen ein ermutigendes Lächeln. »Ihr habt nicht nur den Herzstern gerettet, sondern uns allen gezeigt, wie wichtig Mut, Vertrauen und Zusammenhalt sind«, sagte er. »Deshalb möchte ich euch etwas Besonderes schenken.« Er griff in die Tasche seines Mantels und zog eine kleine Schneekugel hervor. Sie schimmerte im Licht des Herzsterns und zeigte eine winzige, perfekte Nachbildung des Weihnachtsdorfs. Die Kugel war wunderschön, aber Emma spürte sofort, dass sie mehr war als nur ein Andenken. »Diese Schneekugel«, erklärte der Weihnachtsmann, »wird euch immer an dieses Abenteuer erinnern. Und wenn ihr jemals Zweifel habt oder den Geist von Weihnachten sucht, dann schaut einfach hinein. Die Magie wird euch niemals verlassen.« Emma nahm die Kugel vorsichtig in die Hände, als wäre sie aus reinem Licht gemacht. »Danke«, flüsterte sie, ihre Stimme voller Ehrfurcht. Matteo sprang vor Aufregung fast auf und ab. »Das ist das beste Geschenk überhaupt. Danke, Weihnachtsmann!« Der Weihnachtsmann lächelte zufrieden. »Ihr habt es euch mehr als verdient. Doch jetzt lasst uns feiern!« Mit einem freudigen Lachen breitete er die Arme aus und die Musik begann erneut. Die Elfen jubelten und bald war der Platz wieder erfüllt von Tanz, Lachen und Fröhlichkeit. Emma und Matteo wurden von allen Seiten beglückwünscht und umarmt und sie fühlten sich, als wären sie Teil einer großen, liebevollen Familie. Später, als die Feier sich dem Ende zuneigte, setzten sich Emma und Matteo auf eine Bank in der Nähe des Weihnachtsbaums. Matteo lehnte sich müde an Emmas Schulter, während sie die Schneekugel in den Händen hielt. Sie betrachteten das Herzsternlicht, das in der Kugel tanzte und alles um sich herum erhellte. »Emma«, flüsterte Matteo schläfrig, »glaubst du, dass wir den Weihnachtsmann irgendwann wiedersehen werden?« Emma dachte einen Moment nach und lächelte dann. »Vielleicht. Aber selbst wenn nicht, wir wissen jetzt, dass er wirklich existiert. Und das reicht.« Matteo nickte zufrieden, bevor er die Augen schloss. Emma hielt die Schneekugel fest und sah zum Herzstern empor. In diesem Moment wusste sie, dass Weihnachten nicht nur ein Fest war. Es war ein Gefühl, ein Glaube, der nie verblassen würde. Die Feierlichkeiten im Weihnachtsdorf klangen langsam aus. Die Elfen hatten getanzt, gesungen und gelacht, bis die Sterne am Himmel über dem Dorf still und wachsam leuchteten. Emma und Matteo saßen immer noch auf der Bank am Weihnachtsbaum, die Schneekugel sicher in Emmas Händen. Sie fühlten sich glücklich, aber auch müde von den aufregenden Ereignissen. »Matteo, glaubst du, dass zu Hause überhaupt jemand ahnt, wo wir waren?« fragte Emma nachdenklich. Matteo gähnte und zuckte mit den Schultern. »Ich wette, Mama denkt, wir haben im Wohnzimmer geschlafen. Aber wenn wir ihnen die Schneekugel zeigen, glauben sie uns bestimmt.« Emma lächelte, doch tief in ihrem Herzen wusste sie, dass es schwierig sein würde, ihren Eltern die Wahrheit zu erzählen. Die Magie des Weihnachtsmanns war etwas, das man erleben musste, um es zu verstehen. Plötzlich erschien der Weihnachtsmann vor ihnen. Sein Lächeln war warm und seine Augen glitzerten im Schein des Herzsterns. »Emma, Matteo«, sagte er sanft, »es ist Zeit für euch, nach Hause zurückzukehren.« Matteo sprang auf und sah ihn mit großen Augen an. »Jetzt schon? Können wir nicht noch ein bisschen bleiben?« Der Weihnachtsmann schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich fürchte, ihr müsst zurück. Eure Eltern vermissen euch und es ist bald Heiligabend. Ihr wollt doch sicher mit ihnen zusammen sein, nicht wahr?« Emma nickte langsam. »Ja, das wollen wir. Aber können wir jemals wiederkommen?« Der Weihnachtsmann legte eine große, warme Hand auf ihre Schulter. »Die Schneekugel wird euch immer an diesen Ort erinnern und wenn ihr an die Magie glaubt, wird der Geist von Weihnachten euch immer begleiten, egal wo ihr seid.« Emma und Matteo sahen einander an. Sie wussten, dass es Zeit war, sich zu verabschieden. »Danke für alles«, sagte Emma leise. »Wir werden diesen Moment nie vergessen.« »Und wir werden euch nie vergessen«, erwiderte der Weihnachtsmann mit einem Lächeln. Dann hob er seinen Arm und mit einer Bewegung seines Handschuhs erschien ein schimmernder Lichtstrahl, ähnlich dem, der sie ins Weihnachtsdorf gebracht hatte. Der Strahl schien direkt aus dem Herzstern zu kommen und bildete einen funkelnden Pfad. »Folgt dem Licht«, sagte der Weihnachtsmann. »Es wird euch sicher nach Hause bringen.« Emma und Matteo traten näher an den Lichtstrahl heran. Matteo drehte sich noch einmal um und winkte Leora zu, die ein wenig abseits stand und ihnen mit einem Lächeln zusah. »Tschüss, Leora. Danke für alles.« »Auf Wiedersehen, Matteo und Emma«, rief sie zurück. »Vergisst nie, wie mutig ihr wart.« Mit einem letzten Blick auf das glitzernde Weihnachtsdorf traten Emma und Matteo in den Lichtstrahl. Sofort fühlten sie die gleiche warme, kribbelnde Energie wie bei ihrer Ankunft. Es war, als ob sie sanft von unsichtbaren Händen getragen wurden, während sich die Welt um sie herumdrehte und glühte. In wenigen Augenblicken standen sie wieder in ihrem Wohnzimmer. Zurück zu Hause. Der Übergang war so nahtlos, dass es fast so wirkte, als wären sie nie weg gewesen. Der Kamin war wieder angezündet und die Glut warf ein warmes, schwaches Licht in den Raum. Der Weihnachtsbaum glitzerte leise und alles war still, bis auf das leise Ticken der Uhr. »Sind wir wirklich zurück?« flüsterte Matteo, während er sich umsah. Emma nickte. Ihre Hände hielten immer noch die Schneekugel. Sie war der Beweis, dass alles, was sie erlebt hatten, wirklich geschehen war. »Ja, Matteo. Wir sind wieder zu Hause.« Die beiden schlichen sich in ihre Betten, denn es war bereits spät. Doch Matteo konnte nicht schlafen. »Emma«, flüsterte er durch die Dunkelheit. »Was denkst du, wird Mama sagen, wenn wir ihr die Schneekugel zeigen?« Emma drehte sich zu ihm um. »Vielleicht denkt sie, es ist nur ein schönes Souvenir. Aber das ist okay. Wir wissen, was passiert ist, Matteo, und das ist alles, was zählt.« Der Morgen von Heiligabend. Am nächsten Morgen erwachte das Haus der Hubers mit dem Duft von Zimt und frisch gebackenen Keksen. Die Sonne schien durch die Fenster und warf ein sanftes Licht auf den funkelnden Weihnachtsbaum. Matteo war der Erste, der aufsprang, und er rannte ins Wohnzimmer, um die Schneekugel anzusehen. »Emma, komm schnell«, rief er. Emma kam gähnend die Treppe herunter. »Was ist los, Matteo?« Er hielt die Schneekugel hoch. »Schau, sie glitzert immer noch, genau wie gestern.« Emma lächelte und setzte sich zu ihm. »Natürlich tut sie das. Die Magie wird nie verschwinden.« Ihre Mutter kam ins Wohnzimmer, ein Tablett mit Keksen in der Hand. »Guten Morgen, ihr zwei«, sagte sie fröhlich. »Habt ihr gut geschlafen?« »Ja«, sagten beide gleichzeitig, aber ihre Gesichter verrieten ein kleines Geheimnis. Matteo konnte sich nicht zurückhalten und hielt die Schneekugel hoch. »Mama, sieh mal, was wir haben!« Ihre Mutter nahm die Kugel und betrachtete sie bewundernd. »Oh, die ist wunderschön. Wo habt ihr die denn her?« Emma und Matteo schauten sich kurz an, bevor Matteo antwortete. »Es war ein Geschenk vom Weihnachtsmann.« Ihre Mutter lächelte liebevoll. »Oh, vom Weihnachtsmann, dann ist es wirklich etwas Besonderes.« Emma und Matteo lachten. Sie wussten, dass ihre Mutter es als eine fantasievolle Geschichte sah, doch das störte sie nicht. Die Magie von Weihnachten war etwas, das sie tief in ihren Herzen trugen und sie wussten, dass diese Erinnerung sie für immer begleiten würde. Am Abend, als die Familie sich um den Weihnachtsbaum versammelte, war die Schneekugel der leuchtende Mittelpunkt. Emma hielt sie vorsichtig, während Matteo eine Weihnachtsgeschichte vorlas. Der Stern an der Spitze des Baumes funkelte hell und für einen Moment fühlte es sich an, als ob die Welt voller Frieden und Magie war. »Frohe Weihnachten, Emma!« flüsterte Matteo, während er seine Schwester anlächelte. »Frohe Weihnachten, Matteo!« antwortete sie. Und tief in ihrem Herzen wusste sie, dass dies ein Weihnachtsfest war, das sie nie vergessen würden. »Frohe Weihnachten, « »Frohe Weihnachten, 》